Hi, Willkommens zu Rü-Penis Hallöchen meine lieben Freunde, ich bin Seul Arnold Andi hat Penis gewirkt Es wird zensiert Was? Es ist so, das wird zensiert Arnold, da will ich jetzt auch sehen, ne, die Zensur Arnold, hast du mich gerade verrückt genannt? Ja Okay, Arnold ist... ist... genau... So, wen kann ich denn jetzt als erstes mit den Schweinen behindert werden? Oh Gott! Wuh! Hall auf, Arnold sind die Schweine, komm, komm Arnold, hau ab, hau ab Komm, Dombe, legst du drauf an, Alter Du kannst das eh nicht, Junge Du kannst das eh nicht, Junge Du kannst nicht damit einfach jetzt rumfummeln Ja, guck, du weißt nicht mal wie es geht Du Affe, Alter, komm direkt hier Komm mir mal, Arnold, wie es geht, Alter Du kannst nicht direkt weggehen Nicht von mir! Arnold wird angeschissen Ist er jetzt tot? Ne, ne, ich leb noch Was willst du da jetzt, Junge, du kannst das eh nicht Los! Oh Danke, denn das ist sogar die verbuggte Map, dass du ganz normal rumredingen kannst Jawohl Okay, also jetzt ist es voll, alles klar Okay, Daumen ist es Nein, das war ein Lutz Ach klar, du bist ein Lutz, was? Und er ist innocent, Junge Ja, das war ein Schluck, hat Arnold getötet, also Ja Scheiße Scheiße Wieso verfass ich eigentlich immer die besten Momente? Guck mal, hallo, Arnold Ich hoffe, ich verpasste, das war ja die Guck mal, hier, wenn du auf der Paltabbroken Ach, schade, Lutz war innocent Ich wurde nicht teleportiert Okay, das kann ja nur einer sein, oder? Ja, Peter Nein, ich bin es nicht Nein, ich bin es nicht Weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr Ich bin im großen Haus Ich bin im großen Haus Peter Und Sebastian wurde teleportiert, also Sebastian wurde teleportiert, also WTF? Nein Nein Doch Oh Shit Alter Alter Alter, ich hab so WTF, Lutz? Ich hab einfach nicht geschalten Ohne Scheiße, ich freu mich jetzt schon auf die Folge Ich hab 90 HP und du machst nicht wein Ich freu mich auch immer da teilen an, das richtig Wenn du Trader bist, Alter, du klopst dir einfach nur behindert mit dem Ding, Junge Das sind, das sind Alter Weißt du, ich freu mich jetzt schon auf die Folge, wenn ich Arnolds Gesicht da seh, Alter Ich nenn die Folge Killerschwein 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 Ich ärger mich, dass ich Peter nicht sofort abgeknallt hat Das Schwein grüßt ja dann auch so Das war so dumm Aber ich darf den Teleporter echt nicht mehr bei euch bin Du bist das immer Ich wollte einfach Donnen weghauen Und auf einmal da rennt Arnolds da rein Oh, ich bin tot Oh, Mann, ey Oh, wie hast du denn TNT angeklossen? Wer hat die Dispo geschmissen, der hat mich gerade beinahe runtergeschmissen Das war ich Heul doch Peter war's, aber ich bin Trader Lost 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 Peter 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 Eu** Ich hab kein Schwein dabei, keine Sorge. Ich bin Tracker. Jaaa. Andy hat gestanden. Ich bin Tracker. Hat er gestanden oder ist er gestanden? Hat er gestanden oder hat er nur gestanden? Er steht gerade. Er steht noch. Jaaa, er steht noch. Er steht noch, alles klar. Alles klar. Wie kann er auf Schießen reagieren? Dann macht das keinen Spaß. Achso, Entschuldigung. Da hat jemand geschossen. Wer war da? Wer schießt? Wer schießt? Dommel. Dommel, du bist so safer. Waschmule, waschmule, waschmule. Waschmule, waschmule. Waschmule, waschmule, waschmule. Komm, sollen wir, sollen wir, sollen wir, können wir teleportieren. Wie hieß der Mann? Das ist ein Minigame aus Jail. Der J-Break. Scheiße, Mann. Er hat die Degel rausgepackt. Ich würd's mir genau überlegen. Ist das die Degel-Roulette? Ich hab keine Ahnung. Immer ein Schuss und wer dem Headshot gibt, der hat gewonnen. Degel-Roulette, Alter. Wie heißt die Scheiße denn, Mann? Kann das sein, dass Dommel es wieder ist? Ja, aber ich steck dich jetzt in einem Baum fest. Alleine wieder. Ich steck in einem scheiß Baum fest. Was? Hat einer mal ne Disco? Soll ich das Schwein zu Hilfe holen? Wehe du, ist das Schwein. Ich hol das Schwein, wohin? Ich steck in einem scheiß Baum fest. In welchem Baum? In welchem Baum? Hol mal das Schwein. Hol mal das Schwein. Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Nicht dahin, Lutz. Wohin? Ja, steht da doch. Ich hab das Schwein mir nachgeklopft. Ja! Nein! Er ist raus. Er ist raus. Oh shit. Ist er gestorben? Boah, ihr steht da alle auf einen Punkt. Warte mal, ich glaub, der hat nachgeklopft. Anderer Schwein kommt. Ich hau ab. Schwein kommt, ich hau ab. WTF, hey, hey, hey! Du hast geschockt, du Arsch. Unten ist einer drin. Okay, straight. Nein, ich... Ich schieß gerade einfach so. The fuck? Ich hab diesen komischen Brain... Wo ist der jetzt hin? Ja, hier hat Sebastian erschossen. Aber wo ist der Sebastian jetzt? Wo ist die Leichter denn? Erzähl mir das mal. Sebastian ist respawn. Alter, hier ist das Loch. Ja, Sebastian, ey. Sebastian, der ist da oben am Frauen. Dann hat er ja gerade einen Traitor erschossen. Ja, ja, er hat einen Traitor geschossen. Ich wollte gerade sagen, er schießt ihn. Sebastian ist Traitor. Ja, richtig. Sebastian ist Traitor. Ja, richtig. Sebastian ist Traitor. Alles klar, man. Wenn du Tab drückst, steht der ja confirmed. Der ist auf jeden Fall wiederbelebt worden. Der hat sich selber mit Second Chance halt. Ja, muss er, ja. Der ist einfach aufgestanden. Ich glaub, der ist oben auf dem Dach irgendwo. Ich gehe mal auf das eine. Hier ist er nicht. Ja, okay. Dann gehe ich mal im Wurzhaus gucken. Weißt du, Peter sagt auch nix. Peter kannst auch direkt auf die Abschlussliste packen, oder? Peter, ey. Ja, guck. Guck, er sagt halt nicht mal was. Hat er nicht gesagt, er wurde vergiftet, oder so? Halt am Maul, halt am Maul. Das könnte doch Arnold sein, wenn er tot ist, oder so. Hast dich das wohl. Okay, das ist Peter. Dann ist Arnold. Der Maul, Arnold. Nee, ich schieße ihn nicht ab. Könnt ihr machen, Alter. Dann mach ich, mach das gerne. Fuck! Ihr seid ja gar nicht. Das war so gemixt, Alter. Das war überhaupt nix. Erst stecke ich in einem scheiß Baum fest. Dann fliege ich runter. Und, und... Mit Second Chance bist du wieder gestorben, oder was? Ja. Nein. Zecken Chance. Voll. Nice. Bip. Tut begiftet wie so komischem, komischem Brain. Das war ich, ja. Vorhin Arnold und so, oh da kommt das Schwein, ich geh jetzt. Wenn ich jetzt Trader bin, dann habe ich sofort Lutz weg. Halt mal dein Maul. Wie kann ich eigentlich... Oh scheiße, Mann. Das kann doch nicht wahr. Weißte, ich wusste zwar irgendwie, wieso der Domet nicht ist, Alter, weißtte, aber... Irgendwie werde ich jede Wunde prediktet, oder? So kann es jetzt auch Lutz sein. Ja, der Name Domet, der hört sich schon an. Der Domet, der hört sich schon an. Der hört sich schon an. Da hört sich das Traitor an. Da steckt schon das Wort Traitor mit drin. Ja, 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 ja. Wahrscheinlich, oder? Alter, was geht hier? Ja, Arnold ist, der hat gefragt, wer im Faken hat. Ich hab nicht gefragt, wer geschossen hat. Das gesagt hat, geht hier. Das ist fast der gleiche. Aber ich habe eine ganz kurze, relevante Frage. Warum genau wurde Dome gerade nicht erschossen? Ich meine, er hat mich getötet und ich habe einen Traitor gekehlt. Weil Dome mein Buddy ist. Weil er noch Anfänger ist. Alles klar. Alles klar. Dome hat bei mir Sonderrechte. Ach, Alter. War das gerade eine Insti, oder war das... Warte, ich muss gerade nochmal im Share WhatsApp lesen. Naja, hab mir auch eine Insti vor die Füße geschossen. Da ist mir gestorben. Irgendwer hat was gegen mich. Incendary. Oh, oh, Beine auf mich. Also die Insti, die mit hab ich geworfen. Barbecue, 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 Barbecue. Oh, lol. Noch eine Insti. Digga. Jo, perfekt, boah. Ich dachte, jetzt bleibt es extra in der Bühne, Digga. Verpiss dich damit, Junge. Er hat einen Schwein. Er hat einen Schwein. Er hat einen Schwein. Er hat keinen Schwein mehr. Boah, das hätte auch mal hinten, wie der aufging. Nein, das Schwein. Okay, ich glaube Arnold ist tot. Machschwurm ist gestorben. Du Wichs. Du Wichs. Du Wichs. Du Wichs. Du Wichs, aber. Könnte tot sein. Aber wer war das, ist die Frage. Du Wichs. Könnte natürlich Peter sein. Also du Wichs. Alter, wie... Wo ist der denn... Wo ist der denn draufgegangen? Einmal Schweine-Paradies. Wo ist Arnold... What the fuck, wieso stehst du einfach zwei Minuten gegen ne Wand? Es ist wunderschön. Alter Sebastian, das ist oder wie? Alter Sebastian, das ist oder wie? Halt, Alter! Durchwälzt! Durchwälzt! Wieso, Peter? Wir haben eigentlich das Tor zugemacht. Aber ich wusste, dass du da kommst. Ich hab grad noch gesagt, ich hab die krassesten Lacks überall. Ich hab das Tor zugemacht und dem Moment läufst du da rein. Ich wusste, dass du da kommst. Juhu, hallo Minuspunkte. Da kannst du ja auch nichts gegen machen im Prinzip, wenn du da drin stehst. Ja, dumme Mann, ich. Ja, auch wenn du da reinläufst. Ich will so'n Schwein wegmachen. Wenn du dir so denkst, aber ich pushe euch. Vorhin gehörst du, du Wichs. Du Wichs. Du Wichs. Alter, kommt für einen angelaufenen ohne Waffe in der Hand. Und auf einmal holt du den Basie raus. Nein. One Punch, dann. Ah ja, schon, gell? Ah ja, stimmt, war One Punch, ja. Peter ist der Teleporter. Macht One Punch echt? Wie cool, das kannst du den ja benutzen? Ja, der hat das auch immer benutzt, ganz klar. One Punch, Mann. Wie war's denn jetzt? Ich werde ja sowieso nie wieder, eher One-Hit. Echt? Hä, das ist doch mega OP, oder nicht? Ja, ist es so. Ich hab da doch vorhin auf Rutoffs, hab ich vier Leute da miteinander weggeboxt. Nein, vielleicht hast du nicht gesagt. Ja, oah, ihn hätte ich auch erwischt, hätte er nicht so einen Lachenschock gehabt. Was willst du hier in meiner Ecke? Ah, nur. Ich hab eh keine Chance mehr auf Punkte, also geh ich jetzt allen auf den Sack. Ja, nur. Oh nein. Cool, ich auch mal was. Ich hab auch Minus wegen Ahnung. Nein. Okay, schade. Ja, Peter, du leckst wie solche. Ja, ich... Ich weiß, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Den Magier Peter. Aber Peters Ping ist gar nicht mal... Peters Ping, PP. Aber der ist... Der ist gar nicht mal so schlecht. PP. EDS, EDS, EDS. EDS, EDS, EDS. Sagen ich ja auch der Dummste. Etc, PP sag ich nur. Peters Ping, etc. Peters Ping. Pff. B-B-B-B-Hast... Hast du eigentlich schon mal überlegt... Hattest du schon mal überlegt? Hast du schonmal überlegt ein Nudelrestaurant auszumachen? Peters Ping, so ein... Peters Ping, alter! Peters Ping! Peters Ping, Alter! Peters Ping. Ich kann als Schweiter gar nichts machen, hey! Hey! Mit gebratenen Ping Pong Nudeln! Und da gibt es auch noch mehr Spezialeinheiten, Peter, die als Peters Ping! Da sind dann so Bälle drin, weißt du? Ping-Pong-Bälle. Peter's Ping-Pong-Nudel. Peter's Ping-Grill. Ping-Pong. Peter's Ping-Pong-Nudel. Ping-Pong-Nudel. Peter. Du versprichst mir jetzt, mich nicht zu machen und ich sniper jetzt ein bisschen rum. Okay? Und du dich schützt. Arnold, ich mach dich jetzt. Arnold, ich mach dich. Wieso will der Arnold jetzt hier rum-snipern und... Hey! Arnold! Weil Sebastian passt auf mich auf. Weg! 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 Weg oder ich schieße! Fünf! Vier! Lol. Er wollte gesagt, wollte ich geschnitten. Hey! Mich nicht abschießen! Sorry, 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 sorry. Ansonsten ist der Deal geplatzt. Ja, unser Deal, unser Deal steht. Okay. Du warst die ganze Zeit wieder neben mir. Alles klar, wo kam die Scheiße her? Also wenn du mich abschießt? Nein, ich mach dich nicht. Solange wir den Deal haben. Erst wenn du auf mich schießt, dann schieß ich auch auf dich. Okay. Thomas hat bestimmt wieder den One Punch. Er rennt hier ohne Waffe, guck mal. Er hat grad richtig... Wer hat den Bomberang gefällt? Ja. Alter, what the fuck, von wo? Von da oben, von da oben, da oben drauf! Da, da! Ja! Er ist halt innocent. What the fuck! Hey! Hä? Wieso ist Sebastian innocent? What?! Sebastian hat ja gesagt, ich hab's mir egal, ich hab eh schon Minuspunkte. Ich bin nach oben gegangen. Peter haut mich weg. Sebastian steht einfach nur nebendran und schaut zu. Ja, ja, klar. Der hat uns abgeknallt. Ja, ich hab ja auch ein Deal mit dem gemacht. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wir hatten nen Deal. Ich war innocent, Sebastian macht nix. Alles klar, es hat er kriegen gestorben. Sorry, sorry, sorry. Ich weiß, ich kann Anweisungen befolgen, im Gegensatz zu anderen Leuten. Du musst jetzt in der Schießung. Runter! Wie ist das denn? Ja, ich glaub Peter. Warum ist Peter denn jetzt tot? Ja, hab ich erschossen. Ja, hab ich erschossen. Weil er aufs TNT schießt, während ich da stehe. Und wieso schießt du jetzt einfach so ohne Waffe da? Ja, weil ich hab eh schon so viele Minuspunkte, weil ich hier alle umtreue, leider. So hoch. Ich hab am Anfang immer hier hin und schmeiß die Granaten durch. Ey, was? Was? Wieso schießt du einfach nur so rum? Ey. Ah, ich rede kaum noch irgendwo da. Ach so. Haha, erst mal den Kerl abschießen. WTF? Andi, mach ich ihn jetzt mal weg? WTF? Das war einer aufm Dach? Das war keiner aufm Dach, das hat es gelogen. Warte, den holen wir runter. Das war ein Lützesau. Den holen wir runter. Oh. Eine Drisco hab ich noch. Hm. Jetzt werf ich hier echt die ganzen Nades aus, seit ihr wehnt das. Scheiße! Oh mein Gott! Was willst du nicht? Ihn hat's auf jeden Fall runtergehauen irgendwo. Nice. Aber wo? Die Frage ist, wo du bist, weil du bist der letzten Trailer wahrscheinlich. Ne, ne. Vielleicht? Der Bastion läuft da unten noch rum. Der Bastion läuft da unten noch rum. Bei Wasser. Du hast behauptet, dass ich nicht tot bin. Ja, aber. Ja, sagst du nix? Pfff. Warum sollte ich? Das war nur ne Smog. Also Arnold, ich lebe noch. Da unten ist er. Ich hab ihn. Arnold. Ja, sehr gut. Es ist jetzt nur noch Sebastian. Ja, dann mach den mal, weil ich weiß nicht ob du eh noch bist. Ich hab auf Lutz mit geworfen und geschossen. Du hast geschossen, als er tot war. Geworfen. Ja, ich hab die Disco mit hochgeworfen, wo du runtergeflogen bist. Ja, und? So viel dazu? Nein! Stop! Geh zu! Ich bin ein bisschen dumm grad. Der, der sich wiederbelebt habe, möge er Positionen durchgeben damit auch da hinten. Sehr nice, Andy, sehr nice. Junge, hast du gesehn wie weit ich weggeflogen bin? Andy hat die 40 points. Ich bin richtig – weißt du wo ich hingeflogen bin? Läufe dir! Ich bin fast bis zu den Schweinen geflogen. Ich hab mehr Punkte als die alle zusammen, ja? Übel. Junge, kommt da so ne, so ne Dings, so ne Disco und ich flieg jetzt rum. mal cross the map, Alter. Leute, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das war nicht eine, das war ein Style. Tschüss.